Sie hatten keine Befugnis. Keine. Mexico City. Was haben Sie da gemacht? Ich habe längst überfälligen Urlaub genommen. Was ist los, James? Man sagt, Sie sind erledigt. Was glauben Sie? Ich glaube, Sie fangen gerade erst an. Atemberaubend, nicht wahr? Von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Hat ein paar nette Tricks auf Lager. Tun Sie noch eins für mich. An was genau denken Sie? Lassen Sie mich verschwinden. Sagen Sie mir, wo er ist. Er ist überall. Wenn Sie dorthin gehen, betreten Sie einen Ort, an dem es keine Gnade gibt. Sie beschützen jemanden. Lassen Sie mich in Frieden! Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Im Moment bin ich Ihre beste Chance, am Leben zu bleiben. Diese Organisation, wissen Sie, wie sie heißt? Ihr Name ist Spectre. Und einer verbindet Sie alle. Ich. Willkommen, James. Unsere Wege haben sich so oft gekreuzt, aber du hast mich nie gesehen. Was hat denn so lange gedauert? Wollen Sie das wirklich? Im Schatten leben? Jagen. Gejagt werden. Immer allein? Ich lasse mir keine Zeit zum Nachdenken. Das war ich, James. Der Urheber all deiner Schmerzen. UNTERTITELUNG 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 des ZDF für funk, 2017